Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu They are Billions mit unserem Königreich vor Augen, unserem Imperium, wo es jetzt mehrere Schritte gibt. Wir haben diese Dreier schon hier eingenommen und wären jetzt dann beim verlassenen Wald und oder beim Gefängnis. Da Forschungen sehr wichtig sind, dass wir hier immer stärker werden und besser werden und und und. Bin ich so weit, dass wir, was ist das denn, das wohl präziseste und komplexeste Artefakt? Aufdecken der gesamten Karte möchte ich erforschen. Kostet viel, aber möchte ich erforschen. Schnellere Ausbildung? Nö, nicht unbedingt. Sprengstoff legt eine Mine, welche explodiert, wenn ein Gegner drüberläuft. Das ist nicht schlecht. Finanzen erhöht die Menge an Gold, welche von den Kolonisten, das ist sehr schön, da kann man ein Gebäude bauen oder auch Steinwachtürme. Ich werde jetzt das so machen. Steinwachtürme finde ich nicht unwichtig. Dann gehen wir hier hin und werden das Gefängnis uns angucken, um mehr Forschung zu generieren. Dieser riesige Komplex in der Wüste erscheint als ein altes Gefängnis. Sie haben wahrscheinlich gehofft, dass Sie die Infizierten so vermeiden können. Unsere Kundschafter haben uns mitgeteilt, dass das Gelände mit Infizierten voll ist. Zwei Luzifer wurden entsandt, aber sie sind im Eingangsbereich gefangen. Befreie die beiden Luzifer-Einheiten und erkunde das Gefängnis. Es muss dort ein paar Artefakte von großer Bedeutung geben. Warte, das ist cool. Luzifer-Einheiten sind diese Flammenwerfer und zwei von denen sind jetzt am Eingang. Ja, dann befreien wir die doch mal. Das ist nett. Das gefällt mir sehr. Tamanto. Da sind wir. Na, erstmal, das möchte ich, dass du umliegend... Boah. Als du dich der Eingangstür näherst, hörst du eine tiefe Stimme von der anderen Seite. Ist da jemand? Bist du ein Mensch? Hol uns hier raus. Der Eingang ist eingestürzt und wir sind von Infizierten umgeben. Das verstehe ich. Aber ich möchte auch kurz sauber machen, dass uns nichts in den Rücken fällt. Ganz kurz mit. Okay, es geht wohl zu weit. Doch hier oben, vielleicht sind es Granaten. Ja, zwei Stück. Schon mal wichtig. Gleich runterkommen. Oben geht's nicht weiter. Eine weitere Kiste habe ich nicht gesehen. Das gleiche machen wir hier jetzt auch. Ist hier noch was? Nein. Die Autos kann ich nicht. Vielleicht sind hier auch noch mehr Handgranaten. Moment, ist das okay. Alles machbar. Okay, da ist noch sehr, sehr viel. Aber das gehen wir nicht jetzt an. Ach, doch da. Naja, Forschung ist gut. Maximale Sicherheitsalarm. Alle Insassen wurden infiziert. Sprengstoff wurde zur Sprengung einiger Eingänge und Flure angewendet. Okay, ich verstehe. Müssen wir hier sogar lang? Der Eingang ist versperrt. Oder könnte ich das mit Handgranaten machen? Nee, bestimmt nicht. Gut. Also ist es sogar Pflicht, dass wir uns hier durchmörteln. Ich kann das tun. Zwei Weapons? Doppel der Spaß. Sicherlich. Für die Menschen. Keine Überzeuger. Attack! Das haben wir geschafft. Das war gut. Gerade so. Vielleicht ist hier noch was. Ja, man kann nämlich hinter dem Kakteenwald hier langlaufen. Erste Hilfe. Kötzungszeit. Perfekt. Natürlich. Aha. Hier oben geht's weiter. Und hier ist unser erhoffter Eingang. Ab ins Klo, ab in eine Zelle. All righty. Für das Empire! Attack! Das hat jetzt was von Diablo. Wirklich. Da hin, bitte. Da hin, bitte. Hier leuchtet hier doch gerade mehr als nur. Attack! All right. Die Schriftstücke gehen nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. No fear! Great. Eat my bullets. Okidoki. Right away. Rest in pieces. Bis jetzt geht's noch. Rest in peace. Weil sie doch einzeln auftreten. Nicht so schlimm wie erst gedacht. Okay, das ist eine Sackgasse. Nicht gut. Bevor ich da reingehe, mache ich hier erst sauber. Für die Menschen! Die Schriftstücke gehen nicht. Die Schriftstücke gehen nicht. Kann ich nichts rausziehen. Da aber. Das holen wir uns. Sonst war hier keine Tür. Nee. Hier ist was? ...double the fun. No fear! Taste my lead! I'm on it. Rest in peace. Attack! It's a breeze. Looks cool. No survivors! Without delay. Eat my bullets! Okidoki. Bullseye! Attack! Affirmative. For the Empire! Fingerlapper ist natürlich gefestigt immer. Äh, nicht gefestigt, sondern ich bin eben nicht so gefestigt. Deswegen nehme ich mich das Spiel natürlich zu jeder Zeit mit. Erste Hilfe haben wir immer mehr gefunden. Hier ist sonst nichts weiter. Hier ist auch nichts. Halbe Gefängnis haben wir schon abgerupt. Da ist noch einer. Okay. Attack! Okay, alles klar. Das ist schon mal besser. Hier gibt es keine Tür außer diese hier. Und diese. Oh mein Gott. Perfect. Taste my lead. Take that. Alright. Rest in pieces. Two weapons. Double the fun. Hier liegt Gold. Nice. Da. Great. Prison Architect meets Diablo. Das war die Dusche. Und hier erwartet uns die Kantine. Of course. Ach, hey, je. Eat my bullets! Na, das geht noch. Kein Problem. Das klingt gut. Keine Survivor! Gotcha. Bullseye! Bullseye! All righty. Killing fine. Okay-dokey. Okay-dokey. Rest in peace. Fuck. Attack! All righty. Die! All right. For the humans! Not a problem. No fear! I love it. For the Empire! Richtiger Fleischwolf hier. Bullseye! Nice. Die Kisten hier nehmen wir aber mit. Die Flasche auch. Got it, Chief. Das ist hier nichts. Die Wine-Bottle. Das Ding. Das auch. Ich dachte, erst die hier wäre auch eine, aber anscheinend... Hier gibt's recht viel einzusammeln. Ich glaube, das war's. Ja. Dann mal wieder raus. All right. Wir haben schon sehr viel davon eingesammelt, wenigstens. So, und jetzt müssen wir auch schauen, was wir da handhaben hier. Got it, Chief. Oha. For the Empire! Gotcha. Die! Rest in peace. Killing time. Rest in peace. Ganz viele dicke Sandsäcke hier. Darauf zurückzuführen, dass die uns gleich verfolgen. Ja. Guckt mal alle her. Wenn ihr so kommt, ist okay. Okay. Eat my bullets. Take that. Sure. Attack! Gotcha. No fear. Let's go. No survivors. Keine Überzeugungen! Ich liebe es! im Gefängnis zu fliehen, aber vorher brenne ich mit dem Verlangen, alle Infizierten im Gefängnis zu vernichten. Worauf warten wir noch? Dann zeigt mal, was ihr könnt. Ich glaube, sonst ist hier nichts. Da müssen wir drauf aufpassen. Habt ihr gesehen? Wir können uns selbst abfacken. Also Friendly Fire ist on. So, dann mal nach hier. Es kann mehr Forschung sein. Ich denke, wir kommen noch an so einen Kommandoraum oder so, aber im Moment fackeln wir hier jetzt erstmal alles ab. Hochsicherheits-Pavillon. Zählen für hochgefährliche Insassen. Alles klar. Das locken wir mal. Okay. Jetzt kommt er. Das locken wir mal. Affirmative. Wonderful. No problem. Understood. Let's go! Nice. So, attack move rein da. Ja, ne, das ist so ein schönes kleines Grillfest. Got it. Ashes to ashes. Tell me what to do. Ha. Okie dokie. Got it, chief. Attack! Sounds good. Herrlich, wie die mit Massen aufräumen. It's a walk in the park. Christus. Taste my lead. Alright. For the humans. Got it, chief. Take that. Excellent idea, sir. I like it. Alright. I like it. Two weapons. Double the fight. Rest in peace. Sure. No fear. That's easy. Attack! I'm on it. Attack! Piece of cake. Here streuen wieder ganz viel rum. In den Gängen. Rest in peace. For the humans. Two weapons? Double the fun. Great. Let's purify the world. So, dann schauen wir mal kurz. Die machen das ja alleine. Hier läuft wieder recht viel. Und das kommt wohl von hier aus dem Loch. Ah ja, ich seh schon. Hmm. Sure thing. Killing time. Die. For the empire. Diese Einzelmissionen gehen immer wirklich lange. Schnee-Survivors. Alrighty. Bullseye. Entstanden. Das ist leicht. Ja? Ja? Kurioose Musik. Wir fangen hier unten an. Ach du Schande. Haha. Die können uns ja gar nichts. Sehr gut. Right away. Taste my blood. Nice. I'm on it. Jetzt machen wir die nächste Tür auf. Piece of cake. Funktioniert. Die Flasche holen wir uns. Great. Und hier oben anscheinend können wir uns die nicht holen. Die da. Let's go. Oha. Without delay. For the empire. Boah, hier ist auch nichts drin. Okidoki. Take that. Got it. Das können wir mal alleine machen. Wonderful. Wonderful. Two weapons? Double the fun. Can you feel the heat? Take that. Eat my bullets. What? What? No fear. Right away. No problem. For the humans. Nice. I'm not sure. 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 In this world. Die können auch Türen öffnen. Das ist sehr gut. Ja, ne? Wenn die so effektiv auch auf der Platte sind, dann brauchen wir die. Ja, gut. Also das ist ordentlich. Ja, gut. Okie dokie. Ja, gut. Ah, hier sind noch mehr. Das geht, das geht, das Gemälde geht. Der Schrank hat auch geblinkt gerade. So, wir haben alles. Wir schicken sie natürlich vor. Die brauchen recht lange. Sie kann den Weg alleine clearn, weil es sind nur diese langsamen Walker. Die bringen nichts. Und wir haben tatsächlich alles erfüllt. Nur noch lebend rauskommen. Und das sollte jetzt ja kein Problem darstellen. Oh, noch ein bisschen. kleiner Bereich hier. Da fand ich das mit den Stromtürmen eigentlich deutlich schwerer. muss ich mal so sagen. Muss ich mal so sagen. die Luzi-Vereinheit. Die Luzi-Vereinheit. Cool. Die gefallen mir irgendwie. Ich finde diesen Flächenschaden gut, den die machen. vielleicht kann ich die ja dann auch bauen. Das wäre schön. Ein bisschen rumbling. Geht das nicht? Schade. Kann ich rüberwerfen? Oh, okay. Okay. Let's go. No survivors. All righty. Can you feel the heat? All right. Gefängnis erledigt. Forschung ist da. Genauso wie ein verfügbarer Boni-Punkt. Ja. So. Wespe, ein Geschützturm. Verstärkte Betonwände, dann sind die noch stärker. Finanzen und Sprengstoff. Oh ja, viel Forschung, viel werden wir dann sehen, wenn wir diese Mission machen. Der verlassene Wald. Machen wir nächstes Mal. Haut rein. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020